Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen zu Just Cause 3. Wuhu! Weiter geht es hier in der Kampagne und wir haben noch wirklich ein gutes Stück zu tun. Und wir müssen uns ganz kurz mal zur Höhle begeben. Die war wo? Die Höhle ist auf einer anderen Weltkarte. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal ganz kurz hier um dieses wunderschöne Viertel. Los geht's! Wow! Power das Teil! Ich weiß gar nicht, ob wir da hinkommen. Wir machen es einfacher, würde ich sagen. Hoppala! Au! Aua! Boom! Bin ich auch der Meinung? Aua! Da bin ich aber auch der Meinung, dass das definitiv die beste Idee des Tages war. So, wir werden jetzt ganz kurz da oben auf den Tower gehen. Wo wir nicht unbedingt direkt gesehen werden. Und direkt Chaos stiften. Aua! Hoppala! Ich bin, glaube ich, ein wenig daneben geschossen. Ja, ich habe, glaube ich, ein wenig daneben geschossen. Das wollte ich gesagt haben. Hallo zusammen! Hoppala! Kein Problem! Sehr gut! So, haben wir schon mal so ein paar Kleinigkeiten zerstört. In der Reste geht jetzt ratzi-fatzzi. Verstanden! Verstärkung ist unterbinden! So, ganz kurz umschauen, wo hier noch irgendwas ist. Hier Zentrale! Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position! Ein Werbeschild haben wir schon mal erledigt. Das gute Stück haben wir schon mal erledigt. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Das ging ja schnell. Sehr schön. Da vorne das Werbeschild haben wir noch. Achtung! Das haben wir jetzt gleich auch erledigt. Sehr gut. Hier kommen wohl die Big Boys raus. Also anscheinend kommen die da raus. Da vorne haben wir ein paar neue Waffen. Und jetzt müssen wir uns erstmal natürlich wieder mal um diese verdammten Monitore kümmern. Was aber auch kein Problem ist. Wir müssen erstmal einen finden, um die restlichen zu deaktivieren. Und ich habe schon einen gefunden. Wunderbar. Alles kein Problem. Ah, okay. Wir müssen erstmal die Alarmstufe zurücksetzen. Das Ziel ist immer noch da draußen. Ja, aber wo bin ich da draußen? Das ist hier die magische Frage. Ich hoffe, die Asynchronität, die geherrscht hat, ist jetzt hoffentlich zu Ende. Die Herrschaft der Asynchronität. Asynchronität. Fuck. Egal. Ignoriert mich, was ich sage. Sehr gut. Los geht's, Leute. So, wir gehen erstmal in den weit entferntesten. Und schwuppdiwupp. Da sind wir schon. Zack. Einmal deaktivieren. Zack. Da sind wir schon wieder. Komm, hoch da. Hallo. Hey, 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 Kollege. So, dankeschön. So, sind wir auch endlich angekommen. Und hier diese wunderschöne Schleife fliegen. Anhalten. Ausschalten. Erledigt. Und nur noch das Flagline hochhissen. Wee. Und hissen. Das war's. Also, manche Aufgaben sind extrem leicht, Leute. Diese zählt definitiv immer wieder da drunter. So. Stadt Nummer 1 erobert. Moment. Die sieht was schwieriger aus. Und deshalb möchte ich die auch noch direkt nehmen. Alles, was wir jetzt von hier aus mitnehmen können, wird natürlich mitgenommen. Was denn? Ihre Stadt wurde befreit. Ah, okay. Schön. Wenn die Soldaten der DRM sehen, bitten sie einfach einen Rebellen, ihn aus der Stadt zu jagen. Das klingt positiv, ja. So, und den Kampfhäle hier vorne, den würde ich sagen, nehmen wir uns mal unter der Arme. Der ist ganz praktisch. Um so eine Basis einzunehmen, vor allen Dingen. Oh, wir werden schon anvisiert, Leute. Sehr schön. So, da sind wir ja. Hi. Kleines Gerät. Komm, ganz schnell hacken, 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 hacken. Sehr gut. Hat's geklappt? Ist unser? Sehr gut. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Was können wir hier? Nettes hacken. Ernsthaft? Wie lange wollte der Typ jetzt noch überleben? Komm, 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 bitte kein Treffer. Sehr schön. Zack, zack, zack. Portieren wir uns mal aufs Dach. Zack, und kaboom. Ganz schön stabil, das Ding. Ich wollte gerade sagen, also, wenn ihr jetzt Helis nach uns schickt, Leute, überlegt es euch gut. Boom. Hoppala. Frissgranaten. Boom. Hier drohen die uns jetzt tatsächlich schon mit Helis. Unfassbar, Leute. Das ging ganz schneller, als ich dachte. Ich hatte mit Helikoptern gerechnet. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Nix da. Hier ist es auf jeden Fall sicherer, als irgendwo anders. Knallen sich hier auf jeden Fall gegenseitig runter. Das ist auch mal eine Masche, die ich auch noch nicht kenne. Auch genial. So. Zur Thematik zurück. Alter, Achtung, Herr, was ist denn los hier? Was ist denn das für ein Krieg? Ist ja unfassbar, was hier abgeht, Leute. Aber Ich würde sagen, den kriegen wir auch noch runter. Und Tschüss. Du fliegst immer noch. Aha. Na also. Sehr gut. Kabum. Sehr gut. Headshot. So. Worum müssen wir uns alles kümmern? Kriegen wir nichts auf der Karte angezeigt, ne? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Was ich wohl sehe, auf der Karte, ist, dass dieses Gebiet verdammt groß ist. Sehe ich das richtig? Ja. Das heißt, das alles hier gehört dazu. Gut. Kümmern wir uns erstmal am Standpunkt A. An Standpunkt A können wir uns ein bisschen absichern gegen diese ganzen Dreckshelikopter. Damit wir schon mal die nicht die ganze Zeit an der Backe hängen haben. Finde ich das schon mal gar nicht so verkehrt, ne? So, dann werden wir Unterstützung rufen. So. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Haben wir halt keine Unterstützung. So, dann geht's hier weiter. Wow. Wow. So, da unten geht's rein. Was ist das? Für einer. Wow. Wow, 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 wow. Bitte nicht, ich möchte nicht sterben. Nein. So, ganz kurz hier rein verpissen. Lebt der Typ noch? Nein, ich glaube, den haben wir tatsächlich nicht abwächt. Zählt das trotzdem, dass die draufballern? Oder muss ich da extra draufballern? Sehr schön. So, Kollege, du fliegst jetzt erstmal in die Luft, du Riesen-Etwas, was du auch immer bist. Schön mittig. So. So, die hat mich eh nur gestört. Wow. Es fühlt sich ja an, als ob das ein Panzer wäre, der da auf uns baldert. Nein, es ist das Schiff. Unfassbar. Okay. Es baldert also ein Kriegsschiff auf uns. Haben wir notiert. Auf Facebook würde das heißen, Dislike. Sag mal. Was war das denn für eine Entscheidungsunfreundlichkeit hier? Ich würde sagen, das ist schon mal erledigt. Sehr schön. Guten Tag. Schießt du auf dich selber? Unwahrscheinlich, ne? Du kannst uns mitnehmen, wenn du so nett wärst. Nein, tust du nicht. Schade. Ja, Munition ausgehen ist nicht so schön, ne? Dann machen wir mal zack. Zack. Und zack. Und dann verkrümmeln wir uns mal an die Decke und drücken einfach mal drauf. Hat's geklappt? Singt es? Es singt. Ist das nicht schön, Leute? Ich komme mir vor wie Spider-Man hier durch die ganze Hüpferei. So. Das gibt's gar nicht. Wir sind in der Höhle, ne? Ja, sind wir eindeutig. Ich brauche mehr Munition. So, wir müssen ganz kurz etwas höher kommen. Irgendwie. Irgendwie was höher. Irgendwie. Ja, sehr gut. Perfekt. Hier könnte die optimale Höhe sein. Ich hoffe, dass wir bereit sind. Ah, sehr schön. Na, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wow. Sehr effektiv. Gefällt mir gut. Wird behalten. So, wo waren jetzt die Transformatoren noch, die ich da erledigen muss? Ah, hier vorne sind die zwei. Ich bin nix mehr Muni. Ach, komm, dann hauen wir da ne Bombe dran. Und gut ist, würde ich sagen. Oder? Schockierend ist aber auch, wie einfach das Ganze geht. Aua. Da hat uns einer angeschossen. So, was müssen wir noch machen? Die Versorgungen lahmlegen, glaube ich. Dazu werden wir einmal hier raus müssen, glaube ich. Aua. Und in irgendeine andere Richtung auf jeden Fall. Sehr schön, da ist auch unser Versorgungstruck so gesehen. Mit den Unterstützungstruppen. Und nochmal 120 Munition. Kollege, so aber nicht, ne? Ja. Sehr gut. Schön. Das hilft ja ohne Ende jetzt hier. So, wo sind die zwei Dinger? Ich glaube, die sind irgendwo versteckt. Irgendwo neben mir vor allen Dingen. Hier irgendwo? Tatsache, in diese Richtung. Okay, fliegen wir mal in diese Richtung. Jetzt genau unter mir. Oder über mir. Nein, unter mir. Wow. Wow. Nein, eindeutig wollen die uns hier nicht. Headshot. Wow, 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 wow. Was ist los hier, hä? Unfassbar, Leute. Ah, hier vorne geht's rein. Ach, das ist doch da, wo wir die ganze Zeit drin waren? Echt? Okay. Anscheinend. Dann hier lang. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Okay. Ich bin jetzt hier. Ich habe nicht mehr gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017